Meine Damen und Herren, freuen Sie sich jetzt auf eine exklusive, atemberaubende Show. Wie alt bist du denn? Ah nee, fragt man Frauen dich, ne? Wie schwer bist du denn? Auch schwierig. Acht Stunden musikalische Früherziehung. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Und damit begrüße ich auch alle Menschen, die in den 30er Jahren ihre Jugend hatten. Ausdruckstanz, bei dem jeder Waldorf-Schüler neidisch werden würde. All the singer-ladies, all the singer-ladies, all the singer-ladies, put your hands up. Und zwei geklaute Gags von Horst Siehofer. Habt ihr aber nochmal so ein bisschen nachgehakt, wie ist das denn mit der Kohle? So, ist ja auch ein wichtiges Thema. Und dann meinten die von TUI, ja sind 100 Euro okay. Ich hab gesagt, ja ist es okay, alles cool. Ich hab das Geld sofort überwiesen. Und ähm, jetzt darf ich hier aufreden, voll cool. Applaus für einen Künstler, über den sogar schon die Queen sagte. Despacito. Und alle. Servessa. Rasten Sie jetzt aus. Ich begrüße alle neuen Studentinnen und Studenten. Denn ein bisschen Lars muss sein. Das Kondom vom Opa, das war nicht mehr da. Und begrüßen Sie Lars Riedlich. Viele Bohnen aß ich gestern Abend. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Am Lagerfeuer. Ihr ruft rein. Spieh mal den. Ich versuch's irgendwie zu spielen. Ganz schnell nur. I am what I am. And what I am. Jingle bells, jingle bells. Ihr müsst auch mitsingen. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Was war das? Neymar. Ist das nicht ein Fußballspieler? Neymar? Ja, ja. Ich bin ein Lied. Es gibt ein Lied. Es heißt ein Lied. Und wie geht das so? Ich hau die Bälle rein, denn ich bin Neymar. Brasilien ist mein Land, oh yeah. Ich heiße Neymar. Ich hab keinen Vornamen wie die meisten. Brasilianischen Fußballspieler. Ich hieß gern Heinz. Und ich hab noch einen Trauma. Ich denk immer noch an das 7 zu 1. Das ist der Neymar-Song. Mama Just killed a man Put a gun against his head Hold my trigger Now he's dead Mama Life had just begun And now I've gone and thrown it all away Mama Yes Dankeschön Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.